Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind mitten im Frühling, alles sprießt und blüht auf und so wir selbst ja auch. Und wir haben es ja gerade erleben dürfen, wie kalt es dann auch mal sein kann und dass es sogar noch mal Schnee gibt und ein raues Windchen bläst. Das hat eben auch schon Hoffmann von Fallersleben gewusst. Und da gibt es so ein wunderschönes Gedicht von Ihnen, welches da heißt Oh, wie kalt ist es geworden und so traurig, öd und leer, raue Winde wehen von Norden und die Sonne scheint nicht mehr. Auf die Berge möcht ich fliegen, möchte sehen ein grünes Tal, möchte in Gras und Blumen liegen und mich freuen am Sonnenstrahl. Möchte hören die Schalmeien und der Herden Glocken klang, möchte freuen mich im Freien an der Vögel süßem Sang. Schöner Frühling, komm doch wieder, lieber Frühling, komm doch bald, bring uns Blumen, Laub und Lieder, schmücke wieder Feld und Wald.